10 Fragen und Mysterien über Zorro. Wird Zorro Diamanten schneiden? Nachdem Zorro den Stahlkörper von Mr. One verletzen konnte, wurde er von ihm gefragt, ob er als nächste Errungenschaft Diamanten schneiden wird. Aus diesem Satz sind dann auch sehr viele verschiedene Theorien entstanden, unter anderem auch, ob nicht Shiryu vielleicht die Frucht von Jozo isst und sich dann selber in Diamant hüllen kann. Sind wir aber ehrlich, mittlerweile befinden wir uns in so krassen Dimensionen, das ganze Konzept hinter Diamant schneiden ist einfach nicht mehr so spektakulär. Ich streite nicht ab, dass wir vielleicht eine Anlehnung an das Ganze bekommen könnten oder dass Zorro vielleicht etwas ganz anderes extrem hartes zerschneidet. Aber so straightforward wird es denke ich mal nicht sein, dass Zorro irgendwie einen Gegner aus Diamant bekommt, weil es einfach so in dieser Art nicht mehr interessant ist. Wurde Zorros Vater von Mihawk getötet? Eine echt interessante Theorie, die aber wahrscheinlich für die Geschichte nicht so interessant sein wird. Uns wurde der Stammbaum von Zorro als Bonusmaterial von Oda zur Verfügung gestellt. Dort erfährt man, dass sein Vater Arashi hieß und dass er von einem Piraten getötet wurde. Auch Kapitel 49 trägt den gleichen Namen. Übersetzt bedeutet nämlich Arashi Sturm. Passend zu dem Ganzen hat auch Zorro in diesem Kapitel gegen Mihawk gekämpft. Dort kam es auch zu Zorros Spezialangriff, der bei Mihawk irgendwas getriggert hat. Er hat komisch geschaut, so als ob ihn das Ganze an irgendwas erinnert. Ich meine klar, die Technik ist irgendwie besonders oder so, aber halt wirklich nicht stark. Zu dieser Zeit war Mihawk einfach um Welten stärker als Zorro, das sollte ihn also nicht wirklich aus dem Konzept bringen. Der Theorie nach hat sich also Mihawk beim Anblick von Zorro an seinen Vater erinnert, den er als Pirat umgebracht hat. Also, wer weiß, Mihawks Geschichte ist auch irgendwie durch Verrat geprägt und sowas. Vielleicht geht das Ganze irgendwie Hand in Hand und ist sogar auf seine Marinejägerzeiten zurückzuführen. War Zorro am Anfang der Geschichte stärker als Ruffy? Das kann sogar wirklich sein. Während Ruffy sein Training absolviert hat und dann irgendwann in die Welt gezogen ist, hat sich zu dieser Zeit Zorro schon einen Namen gemacht. Er hat verschiedene Dojos herausgefordert und sogar Mr. Seven, zu dieser Zeit noch ein hochrangiges Barockmitglied, getötet. Natürlich gehen die großen Errungenschaften alle auf Ruffys Kappe. Erst immerhin der Main Character, aber besonders am Anfang der Geschichte war Zorro eben verhältnismäßig ein absolutes Biest. Wird Zorro Mihawk besiegen? Mihawk ist an sich kein schlechter Kerl. Er hat Zorro trainiert, hat auch an sich nichts allzu Schlimmes in der Welt angerichtet. Als Fan entwickelt man dann also auch ganz schnell eine Sympathie. Man kann sich also dann nicht mehr so richtig vorstellen, wie dieser Kampf dann auch wirklich aussehen soll. Aber trotzdem, dieser Kampf bleibt eigentlich in beider Interesse. Bis jetzt gab es auch keine Person, die auf eine gute und zufriedenstellende Art und Weise Mihawk das Wasser reichen könnte. Und als langjähriger Fan hätte man auch seine Genugtuung, indem halt wirklich das, was so lange schon im Raum steht, am Ende der Geschichte auch wirklich aufgelöst wird. Sind Zorro und Sanji gleich stark? Das ist ja wirklich so eine Diskussion, die immer und immer wieder kommt. Ist da eine oder andere stärker? Sind sie gleich stark? Und wie misst man das überhaupt? Ich denke schon, dass man grob sagen kann, dass sie ungefähr sich nicht allzu viel nehmen. Im Detail denke ich aber schon, dass Zorro der Stärkere ist. Es gibt auch sowas wie eine in Anführungszeichen spezielle Power Scaling Methode, dazu habe ich auch schon mal einen Short gemacht. Im Grunde geht es halt immer um einen Größenunterschied und da denken halt Leute, dass sie halt oh das System auf der Spur sind. Ist aber sowieso großer Quatsch, weil es eigentlich nur davon abhängig ist, wie sich der Schreiber gerade entscheidet, die Charakter darzustellen. Ich gehe aber trotzdem in die Richtung, dass Zorro etwas präsenter und stärker gezeigt wird. Warum verläuft sich Zorro andauernd? Zorros Orientierungssinn ist halt der große Running Gag um ihn. Er ist ähnlich wie Ruffy etwas bescheuert, nur eben auf seine persönliche Art und Weise. Manche spekulieren, ob das nicht vielleicht etwas mit dem Getet zu der dritten Generation zu tun hat, was ja ein verfluchter Schwert ist. Die Sache ist halt eben nur die, dass sich Zorro schon davor verlaufen hat, bevor er überhaupt das Schwert bekam. Er hat sich sogar verlaufen, bevor er Ruffy kennengelernt hat. Wird Zorro jemals ein Drachenschwert bekommen? In One Piece ist es so, dass besonders gute Schwerter bzw. auch ähnliche Waffen in Stufen kategorisiert werden. Die stärksten und seltensten sind dabei die 12 Drachenschwerter. Auf dem aktuellen Stand, durch diverses Bonusmaterial usw. kennen wir auch schon ganze 5 Schwerter. Nur ist halt eben die Sache da, dass Zorro selbst noch nie eins besaß. Alle Personen, die bis jetzt ein Drachenschwert geführt haben, gehören definitiv zu dem stärksten aus dem ganzen One Piece Universum. Ein guter Schwert ist absolut nichts wert in der Hand eines unfähigen Schwertkämpfers. Und ein guter Schwertkämpfer kann sein volles Potential mit einem schlechten Schwert nicht erfassen. Und ja, ich glaube deswegen wird auch Zorro ein Drachenschwert bekommen und mit dessen Hilfe auch zum stärksten Schwertkämpfer der Welt werden. Nur kommt es aber bei der eigentlichen Frage darauf an, auf welche Art und Weise denn Zorro dieses Schwert erlangen könnte. Logischerweise müsste es sowas sein wie ein Katana. Es ist das einzige, was zu Zorro passt und die einzigen Waffen, die er so richtig für seinen Stil benutzt. Die Geister scheiden sich aber bei der Stelle, wenn es darum geht, ob Zorro nicht vielleicht in Anführungszeichen das Schwert selber upgradet oder wirklich ein komplett neues Schwert bekommt. Uns wurde nämlich gesagt, dass wenn man ein Schwert permanent schwarz verfärbt, dass sich auch gleichzeitig dessen Rang mit erhöht. Und ehrlich gesagt glaube ich, dass diese Aussage kontextgemäß falsch interpretiert oder übersetzt wurde. Denn, wie gesagt, wir kennen schon Drachenschwerter und fast alle davon sind nicht permanent schwarz gefärbt. Diese Definition nach würde es also bedeuten, dass wenn man ein Drachenschwert permanent schwarz färbt, es einen weiteren Rang aufsteigen würde und damit eine nie dagewesene Klasse erzeugen. Deswegen, ich bin der Überzeugung, dass es kontextgemäß einfach etwas anders gemeint war. Es ging eigentlich nur darum, dass das Schwert Enma noch keine schwarze Klinge ist. Aber, dass Zorro eben das Potential besitzt, in seiner Laufbahn das zu erreichen und damit Enma auf die nächste, bessere und stärkere Stufe zu bringen. Und zwar die einer schwarzen Klinge. Deswegen bin ich persönlich eher der Meinung, dass Zorro wirklich ein brandneues Schwert nochmal bekommt. Denn, unter anderem ist auch das Gitetsu der dritten Generation, was sich in seinem Besitz befindet, mit Abstand das schwächste Schwert, was er führt und vielleicht sogar etwas, was ihn ein wenig zurückhält. Ein würdiger Satz wäre ebenfalls ein Schwert aus der Gitetsu-Reihe, und zwar das der ersten Generation. Gegen das hat auch Zorro schon mal geclashed. Es gehört nämlich einen der fünf Weisen, und zwar Ethan Baron Venus Juro. An sich haben wir auch gesehen, was mit Saturn passiert ist. Dass also im Verlauf der Geschichte Ethan Baron irgendwann mal auch den Löffel abgibt, wäre auch gar nicht mal so unwahrscheinlich. Und es würde bedeuten, dass es doch mal ein freies Schwert geben würde, was ebenfalls zur Gitetsu-Reihe gehört, das ein Drachenschwert ist. Falls ihr aber dazu eine andere Meinung habt, bin ich da natürlich auch ganz zu Ohr. Wird Zorro ein Black Blade bekommen? Das ist eher so eine Frage, die nicht wirklich darum geht, ob Zorro wirklich eins bekommt, weil das ist halt wirklich schon fast in Stein gemeißelt, sondern um welches Schwert es sich dann wohl dreht und ob es wirklich nur bei einem bleibt. Bei Enma wurde es zum Beispiel ja schon, wie gesagt, in der Serie erwähnt, dass Zorro definitiv das Potenzial hat, es zu einem schwarzen Schwert zu machen. Deswegen glaube ich auch, dass es bei Enma passieren wird. Das war doch Ijimonji. Das Schwert von Kuina ist aber das, was Zorro am längsten mit sich trägt. Das wäre an sich auch ein Spitzenkandidat. Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass Zorro den ganzen Weg dieses eine Schwert mit sich trägt und das dann storytechnisch so mäßig links liegen gelassen wird. Das heißt, wir wären damit eigentlich schon bei zwei. Damit ist das Sprung zu drei auch nicht mehr groß und Zorros Kampfstil entsprechend würde es auch einfach passen, wenn er einfach dann drei Black Blades hätte. Damit hätte er dann so mäßig sein eigenes Markenzeichen und wirklich auch das, was ihn als stärksten Schwertkämpfer der Welt auch wirklich ausmacht. Ist Zorro rassistisch? Das ist halt wirklich so ein Inside-Joke. Im Anime sieht man immer wieder, dass Zorros Gegner oft nicht halt wirklich das westliche Erscheinungsbild haben oder im Fall von Ekki einfach eine Giraffe darstellen. Das Ding ist aber, die ganz offizielle Koloration, die Oda von Hand vornimmt, sieht normalerweise so aus, dass fast jeder One Piece Charakter die gleiche Hautfarbe besitzt. King ist als Lunaria dabei eine kleine Ausnahme, alles andere wird von Oda aber wirklich als gleich aufgefasst. Das bedeutet, im Anime vielleicht rassistisch, im Manga definitiv nicht. Was ist mit Zorros Auge los? Ich glaube, da hat schon jeder die diversesten Spekulationen und Theorien gesehen, gehört oder gelesen. Unterzieht sich Zorro einem intensiven Augentraining? Hat er einen Dämonen drin versiegelt? Oder hat er es schlicht und einfach verloren? Wie so oft fehlt uns die offizielle Antwort. Ich würde aber sagen, wenn ich mich halt wirklich darauf festlegen müsste, dann hat er es wahrscheinlich wirklich verloren. Wie so oft ist Zorros Prinzip, dass er einfach den Mund erwischt und weitermacht. Er macht wegen solchen Sachen kein großes Fass auf. Es ist immerhin der gleiche Typ, der fast seine Füße abgeschnitten hat. Deswegen, es ist fast schon egal für ihn, was mit ihm so richtig passiert, Hauptsache er kann da irgendwie weitermachen. Wenn wir also irgendwann mal die Aufklärung bekommen, dann wahrscheinlich ähnlich wie seinen Stammbaum in einer SPS oder irgendeinem anderen Bonusmaterial. Damit wären wir aber auch schon mit den Fragen und Mysterien durch. Habe ich irgendeinen wichtigen Punkt ausgelassen? Oder seid ihr der Meinung, dass eine Sache vielleicht doch anders ist? Schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung dazu in die Kommentare rein und wie immer lese ich mir das auch sehr gerne durch. Das war es aber auch schon. Wenn euch so ein Peace-Content gefällt, vergesse ich ein Abo da zu lassen. Auch hier über euer Like freue ich mich natürlich sehr. Bis zum nächsten Mal, wünsche ich euch eine sehr schöne Zeit. Ciao!